Die Feuer wird uns nach, dann wird alles steig! Sagen Sie mal, ich bin mitten in meinem Solo. Sagen Sie mal, das sind doch immer drei heilige Könige. Wen stellen Sie denn dar? Kaspar, Melchior, Balthasar und Justin oder wie? Jetzt halten Sie doch mal den Rand. Wir sind die Wirtschaftsweisen aus dem Morgenland. Und, vielen Dank. Wir unterfüttern laut Gesetz der Bundeskanzlerin Geschwitz. Ich bin der weise Christoph Schmidt, ich sing des Maltes hohes Lied. Ich bin der weise Lars P. Feld und auch pro Wirtschaft eingestellt. Ich bin Volker Wieland, rateweise zur Lohndiät als Lieblingsspeise. Und wer ist der da? Ich bin der Bofinger, bleibt meistens stumm. Das abweichende Linksvotum. Und was haben Sie mir da mitgebracht? Das Jahresgutachten, habt fein acht. Was? 400 Seiten, habt ihr einen Sprung? Drum lauscht unsere Kurzfassung. Unsere Botschaft ist auch heuer, das Soziale wird zu teuer. Das Wichtigste aus unseren 14, Mindestlohn und Rente kürzen. Ihr müsst nur weiter schön verzichten, den Rest wird dann die Wirtschaft richten. Sind das Ihre Prognosen für die Wirtschaft? Der Aufschwung, er steht vor der Tür. Weiß ihn nicht ab, er will zu dir. Der Zartimpflanzebeste-Dung ist die Lohnzurückhaltung. Das sehen nur die drei hier so. Ich bin der Bofinger, hab keinen Eingriff und muss aufs Klo. Aus der Zukunft kann man nichts wahres wissen, drum dürft ihr euch gepflegt verpissen. Oh man, echt, ja. Hör mal zu, Sie Wirtschaftsweiser, wir gehen jetzt mal schön dieses Gutachten durch. Was macht Sie eigentlich zu Spezialisten der Zukunft? Na, wir kommen aus dem Morgenland. Morgenland, verstehen Sie? Ich schmeiß mich weg. Wissen Sie, dass es eine Tabelle gibt, in der gelistet wird, wie Wirtschaftsinstitute die Konjunktur der nächsten Jahre vorhersagen? Und wie treffsicher, und raten Sie mal auf welchem Platz die Wirtschaftsweisen sind. Warten Sie, ich mach eine Prognose. Auf Platz 1. Schauen wir hinters Türchen. Platz 18. Die 1 war richtig. Mann, ich hab die 1 gespürt. Wir lassen uns also vom VfB Stuttgart erklären, wie man Deutscher Meister wird, ja? Übrigens hier, in Ihrem Gutachten habt, da schon mal reingeschaut, ne? Da steht drin, dass der Mindestlohn negative Auswirkungen bringt, obwohl er noch gar nicht da ist. Ja und was für welche, wir haben nächstes Jahr nur ein Wirtschaftswachstum von 1% dank des Mindestlohns. Ohne den hätte man einen riesen Aufschwung, ja, ohne diese ganzen Sozialgeschenke, ja, Mütterrente und Mindestlohn, dieses ganze Sozial-Schnick-Schnack. Sind das politische Empfehlungen? Na ja, ja. Ha, hab ich sie. Gemäß Paragraf 2 des Gesetzes über den Sachverständigenrat dürfen Sie keine bestimmten wirtschaftspolitischen Maßnahmen empfehlen. Tja, das tun wir auch nicht, wir sagen ja nur, was wir nicht wollen. Ach, dann haben Sie sowas wie eine versteckte Agenda. Das können Sie mir nicht beweisen. Oh doch. Die OECD zum Beispiel sagt auch, dass die Ungleichheit in Deutschland stark zunimmt. Sie sagen das nicht. Nein, wir sagen, was vor allem zunimmt, ist die Anzahl der Leute, die den Eindruck haben, dass die Ungleichheit zunimmt. Ich habe den Eindruck, Sie machen sich über mich lustig. Wir sind vieles, aber nicht lustig. Schauen Sie mal. Man hat die Deutschen gefragt, einkommensmäßig, wie sieht euer Volk aus, ne? Welche Form hat das? Also, die Zwiebel, oder vielleicht doch eher die Pyramide, oder der Weihnachtsbaum. Der Weihnachtsbaum. Ja, vollkommen falsch. So, die Pyramide. Oben, sehen Sie, eine reiche Elite, dann kommt die Mittelschicht und unten die Einkommensschwachen, das ist die größte Gruppe. Ja, und wie ist es wirklich? Na ja, schauen Sie, oben ist eine Elite, dann die Mittelschicht und unten die Einkommensschwachen, die größte Gruppe. Das ist doch genau dasselbe. Ja, aber wir wollen nicht, dass das so aussieht. Sehen Sie, eine Pyramide, da sieht man die Ungerechtigkeit ja an. Nicht, das schreit ja gleich nach Revolution. Nein, nein, wir wollen etwas anderes, schöneres. Eine Zwiebel mit einer breiten Mittelschicht. Verstehen Sie, das riecht nach sattem Volk. Und wie wollen Sie das machen? Na, durch Umverteilung. Von Geld? Von Daten. Achso. Sehen Sie mal. Ganz einfach. Also, sagen wir mal, Sie wollen hieraus eine breite Mittelschicht machen, dann müssen Sie natürlich die Unterschicht unterteilen. Ja, sagen wir mal, in Leute, die wenig Geld haben, die sehr wenig Geld haben und die sehr, 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 sehr wenig Geld haben. Und schon haben Sie? Schon haben Sie eine Zwiebel mit einer ganz breiten Mittelschicht. Nicht schlecht. Sagen Sie mal, wo fängt denn bei Ihnen die Mittelschicht an? Oh, schauen wir mal nach, wenn man großzügig ist bei etwa 1000 Euro. Was? Das ist doch knapp über dem Armutsrisiko. Dann ist ja praktisch jeder Mittelschicht. Und so haben wir Weisen die Armut beseitigt. Und das nur mit einer Zwiebel. Mir kommen die Tränen. Aber sagen Sie, es gibt doch Arme. Kommen Sie, es gibt doch Superreiche, die immer reicher werden. Natürlich gibt es die, aber die verhageln dir ja jede Statistik, ne? Was machen Sie denn da? Na, ich nehme die Reichen weg. Sie können doch die Reichen nicht einfach ignorieren. Wenn man weiß ist, schon. Na sehen Sie, die Leute denken immer, wir kümmern uns um die Einkommensunterschiede. Aber wir, in erster Linie, kümmern wir uns um die Lohnunterschiede. Wo ist der Unterschied? Müssen wir Ihnen alles erklären. Also, Arbeiter, normalos, die kriegen Löhne. Superreiche, die haben Einkommen aus Zinsen. Achso, und weil es bei den Löhnen keine Superreichen gibt, gibt es dann, wenn man nur die Löhne betrachtet, auch keine große Ungleichheit, die beseitigt werden müsste. Weiße was? Nein, das ist absolut hinterhältig. Sie machen eine Untersuchung über Arm und Reich und lassen die Reichen einfach weg. Aber warum? Ach, natürlich. Wenn man keine Reichen hat, dann gibt es ja auch keine Ungleichheit, die man beseitigen müsste. Doch, doch, bei den Löhnen gibt es schon Ungleichheit. Da möchte ich uns zitieren, da sind ja in erster Linie mal die Frauen schuld. Verdammte Frauen, was? Die verdienen so wenig, aber keine Sorge, das muss man nicht bekämpfen, das ist halt so. Sagen Sie mal, wozu ist Ihr Gutachten eigentlich Nütze? Entschuldigung, wir nützen niemand, wir sind vollkommen unnütz, wir sind Ökonomen. Moment, Moment. Lass mal sehen Sie, Wirtschaftsweiser. Hab ich's mir doch gedacht. Sie sind Lobbyist. Schauen Sie sich doch mal an. Nein, ich bin ein Wissenschaftler. Sehr seriöses Foto von mir übrigens, Volker Wieland. Schauen Sie mal. Und nebenbei sind Sie auch in der Stiftung Marktwirtschaft und die steht für? Marktwirtschaft. Für neoliberale Politik. Okay, Sie haben mich erwischt. Aber mein Kollege ist viel schlimmer. Gucken Sie mal an. Lars Befeld. Gucken Sie sich das an. Der ist nicht nur in der Stiftung Marktwirtschaft, nein, der ist auch noch Vorsitzender vom Walter-Euken-Institut oder Leiter, wie man es nennt, Montpellarine Society, der ist überall. Das eine gilt als marktradikal und das andere ist sowas wie das Nordkorea des Neoliberalismus. Und übrigens Ihr, Ihr Chef Christoph Schmidt, ja, der ist ja nebenbei auch noch in der Arbeitgeber nahen Initiative neue soziale Marktwirtschaft. Das sind alles Lobbyveranstaltungen, die mehr Markt wollen und weniger Staat. Ihr Wirtschaftsweisen, Ihr seid doch nur die Sternsinger des Kapitals. Jetzt sagen Sie mir nur noch eins. Haben die Arbeitgeber wenigstens den Anstand, ihre Propagandaveranstaltungen selbst zu bezahlen? Nein, das zahlen die Steuerzahler. Kästner hatte Recht, niemals dürft Ihr so tief sinken, als den Kakao, durch den man Euch zieht, auch noch zu trinken.